der mit uns zusammenwirkt. In ihm we live. In ihm we move. In ihm we have our being. In ihm und sie hatten diese Offenbarung in der Apostelgeschichte. In ihm we live. Mein Leben ist in ihm. In ihm bewegen wir uns. In ihm haben wir unsere ganze Existenz. In ihm ist unser ganzes Sein und Wesen. In ihm. Wenn du das Leben Jesus dir anschaust, dann kannst du dich darin sehen. Sieh nicht nur ihn alleine, sondern sieh dich dabei, denn er ist dein vollkommenes Vorbild und Beispiel. Das ist Glauben. Und wir wandeln im Glauben. 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 Nicht in dem, was wir sehen und schauen, sondern im Glauben. Gott möchte, dass du es siehst du wirst deine Heilung sehen bevor sie sich manifestiert du wirst auch deine Freude sehen bevor sie sich manifestiert es ist so wie ich meiner Frau heute gesagt habe und ich habe das immer noch nicht fertigstellen können aber es ist wirklich Zeit dass der Truck gesäubert wird und ich habe es noch nicht sauber gemacht weil ich genau wusste dass es wirklich ein wie so ein Baustellenfahrzeug sein würde und all dieses Zeug gehortet wird aber wisst ihr was? ich mag es einen sauberen Truck zu haben und ich kann es im Inneren auch sehen und weil ich es im Inneren sehe motiviert mich genau das auch dann loszugehen und ihn sauber zu machen weil ich jetzt schon weiß wie er aussehen wird wenn er sauber ist und ich kann das wo wir heute hier sitzen ich konnte das alles vor drei Wochen sehen als ich mit Selina loszog wegen all diesen Farbgeschichten und so weiter da habe ich angefangen alle Einzelheiten zu sehen und als ich den Teppich sah und ich erinnerte mich an die Farbe des Bodens und Selina hat angefangen ein paar Dinge zu erklären und wir haben auch die Bühnenfarbe verändert anstelle von diesem damaligen Rot sind wir jetzt in einen Grauton reingegangen am Anfang dachte ich mir noch so ich weiß nicht recht aber wisst ihr was? sie hat eine Gabe dafür und meine Frau hat auch die Gabe dafür und ich konnte dieser Gabe vorher schon vertrauen und weil das schon so war kann ich jetzt sogar noch mehr Vertrauen darauf und jetzt ist es einfach nur wunderschön und es ist noch schöner als es vorher überhaupt war siebenfache Rückerstattung Halleluja du siehst es im Inneren und das ist genau der Grund dafür warum Gott der Herr dem Abraham als er noch Abraham war gesagt hat schau dir den Sand am Ufer des Meeres an dass er ein Bild davon in seinem Inneren bekommen konnte und die Vorstellung wie das aussehen würde wir sind so geschaffen worden dass wir Träume haben und dass wir Kinder kriegen Halleluja wir alle jeder einzelne von uns ist so von Gott geschaffen worden dass wir die Fähigkeit zum Träumen haben und dass wir durch diese Träume Gott geschaffene Babys kriegen dass wir schwanger umher gehen mit diesen Traumbabys in unserem Inneren seht ihr alles ist ja in eurem Geist schon da aber Gott möchte dass auch das was schon geistlich da ist in deine Seele reinkommt und genau das ist der Punkt und so ist der Prozess wie deine Gedankenwelt erneuert wird erinnert euch an Jesus im Markus Evangelium Kapitel 11 wo er erst fertig geworden war einen Feigenbaum zu verfluchen und am nächsten Morgen als sie an diesem Baum vorbeikamen zu dem er am Vorabend noch gesprochen hatte war er abgestorben er war verdorrt und tot und es heißt in diesem Bericht bis zu den Wurzeln war er abgestorben und ich weiß nicht ob sie dann wirklich auch bis zu den Wurzeln reingegraben haben keine Ahnung was sie gemacht haben auf jeden Fall haben sie bemerkt und feststellen können dass dieser Baum vollkommen abgestorben war und seine Jünger haben Jesus also am nächsten Tag deswegen gefragt aber denk mal drüber nach was Jesus gesagt hat er sagte wer auch immer zu diesem Berg sprechen wird und sie haben ihn ja beobachtet wie er einen Baum verflucht hat und ein Baum ist tot geworden wegen dem und jetzt spricht er darüber dass ein ganzer Berg wegbewegt wird nun höchstwahrscheinlich waren sie in diesem Moment noch nicht an dem Punkt angelangt auch das alles wirklich vorbehaltlos zu glauben aber Jesus war es Jesus war absolut sicher Jesus wusste es ganz genau dass an dem Tag als er das aussprach wenn er es gemacht hätte dann wäre es so geschehen und wisst ihr warum er das auch gesagt hat weil er die alttestamentlichen Schriften kannte das Wort sagt dass er selbst zurückging in die alten Schriften und sich selbst darin gefunden hat und wisst ihr was er dort fand er hat in diesen alten Schriftstellen den Tag gefunden wo es berichtet wird dass er zurückkommen wird auf diese Erde zu diesem Berg als der König der Könige und der Herr der Herren und dieser Berg sich wirklich in der Mitte entzweiteilen wird er stand ihm einfach nicht nicht nur dort und sprach irgendwas aus sondern alles was er sagte hatte auch Bedeutung versteht ihr das? literally he saw that mountain he was there and in them this was the mount of olives he could see the mountain und buchstäblich er war dort und er konnte diesen Berg sehen und er war ja auf dem Ölberg und er konnte das sehen but he could see it different aber er konnte es anders sehen sie haben ja nur den Berg gesehen und sie haben den Feigenbaum gesehen versteht ihr? Jesus sah den Berg und er 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 sah den Berg auch wegbewegt und buchstäblich stand er dort an diesem Tag und hat bekannt was passieren wird wenn er zurückkommen wird mit seinem Königreich und sich das alles erfüllen wird er hatte all das in seinem Inneren ist das nicht erstaunlich? und was also passiert ist dass du von Gott sein Wort in dein Inneres bekommst und dort in deinem Inneren produziert es diese Bilder seiner Verheißung Halleluja 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 deswegen haben wir diese Verheißungen es sind Verheißungen Gottes und Gottes Verheißungen werden sich manifestieren oh come on church komm schon Gemeinde Halleluja Du siehst dich selbst geheilt, bevor die Manifestation eintrifft und du lässt es nicht zu, dass der Teufel dir dieses Bild deiner Heilung wieder raubt. Und deswegen heißt es auch im Jesaja 53, wessen Bericht wirst du glauben? Denn du wirst alle möglichen Arten von Berichten und Aussagen hören. Und du wirst alle möglichen Informationen bekommen, denn du wirst tonnenweise bombardiert mit Informationen aus der ganzen Welt. Aber welches dieser Bilder oder welches dieser Informationen wird das richtige Bild in dir auch wirklich bauen? Halleluja! 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 Könnt ihr es sehen? Nein, ich habe auch nicht gesagt, könnt ihr es hören, sondern ich sagte, könnt ihr es sehen? Das Wort sagt die Augen unseres Verständnisses und deshalb könnt ihr es sehen. Diese Mama, sie ist schwanger und sie trägt dieses Baby im Inneren. Aber was macht sie? Sie bereitet den Platz vor. Sie hat das Bett, die Vorhänge, den Stoff, das Mikrofon, all das, was so nötig ist. Und sie schaut auf dem Weg weit voraus. Als sie dieses Babybett gekauft hat, hat sie das Baby im Bett schon gesehen, bevor das Baby überhaupt da ist. Und genau deswegen hat Gott Abraham dieses Bild gegeben. Er sagte, Abraham, schau dir den Sand an. This is how many descendants you're gonna have. So viele Nachkommen wirst du haben. So that means it's beyond the Jewish race. Und das bedeutet, dass das über die Juden hinausreicht. There's more coming here than just one nation. One common? There's more coming into this blessing than just one nation. Es sind eben mehr, als nur diese eine Nation, die in den Segen reinkommen wird. Es kommt mehr. Als Gott zu mir über die Nationen sprach, und in Amerika, da hatte ich auf meinem Schreibtisch einen Globus stehen. Und es gab Zeiten, da habe ich mir einfach diesen Globus geschnappt. Und ich habe mir ihn angeschaut. Diese Nation, diese Nation. Ich habe das durchstudiert. Ich habe das durchstudiert. Und dann konnte ich sehen, wie ich in den letzten Tagen lebe. Und ich konnte die Bewegung Gottes auf der ganzen Erde sehen. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo ich über ganz Deutschland flog. Und wir waren hoch oben unterwegs. Und ich schaute von oben nach unten. Und ich habe über Deutschland gehört, dass in Deutschland ungefähr im Durchschnitt alle sechs Kilometer ein Dorf oder eine Stadt oder irgend sowas ist. Und so, wenn man über Deutschland fliegt, dann sieht man bei Nachts sehr viele verschiedene Lichter. Und das habe ich gesehen. Und ich sagte, wow. Und ich sagte, stark. Und der Herr sagte, so wird Erweckung ausschauen, wenn sie Deutschland treffen wird. Ein dunkles Land, was erleuchtet wird. Halleluja! Könnt ihr es sehen? Könnt ihr es heute Abend sehen? Träume, Gemeinde. Träume. Träumt. Bekomm dieses Wort der Heilung in dir so stark, dass du dich nie wieder selbst krank siehst. Bekomm dieses Wort der Heilung in dir so stark, dass du dich nie wieder selbst krank siehst. Und bekomm diese Wohlstandsverheißung, dieses Wort des Wohlstands, so stark in dir gegründet, dass du dich nie wieder als Armer betrachtest. Und auch keine depressiven Niedergeschlagenheitstage mehr. Halleluja! Wisst ihr, Martin am Samstag, er kam hierher mit diesem Werkzeug. Ich habe solch ein Werkzeug noch nie in meinem Leben zuvor gesehen gehabt. Und er war so begeistert über dieses Werkzeug, dass er es mir zeigen musste. Für mich war es einfach nur ein Werkzeug. Aber er hatte einen Test, der am Montag anstand. Und Teil seiner Note bestand darin, wie schnell er fähig war, seine Aufgabe auch erledigen zu können. Also musste er auch dieses Werkzeug passend dafür haben. Also hat er dieses Werkzeug mit der Packung rausgeholt. Und er sagte, ja, es macht das und das, und du schweißt es so, und es macht Druck hier. Ich konnte es nicht sehen. Und er sagte, ja, das Werkzeug kann das und jenes, und hier kommt der Druck so, und da kommt die Bewegung so, und es macht es so und so, und deswegen und deswegen. Aber ich konnte nichts davon sehen. Aber er ist jetzt schon seit einem Jahr im Unterricht. Und er konnte dieses Werkzeug nehmen, und mit diesem Werkzeug konnte er eine ganze Menge mehr sehen, als ich es konnte. Und ich sage es euch, so wie er dieses neue Werkzeug bekommen hat, wäre es für euch ungefähr so, wie wenn du einen brandneuen Mercedes bekommst. Aber denkt mal drüber nach. Mit diesem Werkzeug, wenn er es auf die richtige Weise auch einsetzt, kann er dann auch einen neuen Mercedes kriegen. Er kann die ganze Straße entlang bis zu diesem Bild hinschauen. Ich kann schlicht nur ein Werkzeug sehen, wo ich keinerlei Vorstellung habe, was das überhaupt machen kann. Ah, Halleluja! Komm schon, Gemeinde! Aber all das trägt sich in deinen Gedanken vor. Und ich werde mit dem jetzt, was kommt, dann schließen, und wir werden heute Abend nur eine Lehreinheit machen, weil ja ein großes, gewaltiges Wochenende auf uns zukommt. Aber hört euch das an, was Jesus sagte. Wer auch immer zu diesem Berg sprechen wird. Ich weiß, dass wir jetzt nicht in den Galater 3 reingekommen sind, aber lasst uns diesen Vers einfach anschauen. Dank sei Gott für seinen Heiligen Geist. Amen. Markus' Evangelium, Kapitel 11. Und ich weiß auch, dass ihr den Vers natürlich kennt. Jesus antwortet, Vers 22, Hab faith in God. Vers 21, wo es heißt, ach so, 22, Vers 22, da heißt es, Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Und wir haben es ja auch bereits in früheren Zeiten gesehen, dass es eigentlich eine nicht ganz korrekte Übersetzung ist, weil so wie es auch in der Elberfelder Bibel Übersetzung in der Fußnote heißt, hätte es hier übersetzt werden müssen, Habt Gottesglauben oder Gottesart von Glauben. Denn wahrlich, ich sage euch, that whosoever, wenn jemand, Jesus steht hier nicht und spricht hier willkürlich irgendwas aus, whosoever, er sagt hier, jemand, whosoever shall say into this mountain, wer auch immer zu diesem Berg sprechen wird, be thou removed, heb dich, while he's saying this, he can see this mountain being removed. während er das hier aussprach, heb dich weg, sah er diesen Berg buchstäblich, wie er es sich wegbeweht. Er ist nicht verrückt. Versteht ihr das? Wenn ihr das mit einer Gruppe von Leuten und sagt, hey, wer in dieser Gruppe spricht zu diesem Berg, er wird sich wegheben, dann denkt ihr, dass ihr ausgeflippt. Wenn hier jemand wäre unter einer Gruppe von Leuten, die einfach so sagen würden, ja, wer auch immer zu diesem Berg spricht, der wird sich wegheben, dann wird jemand ja denken, die sind doch alle voll durchgeknallt hier. Aber er spricht hier nicht verrückte Worte, sondern er wusste ganz genau, was er hier aussprach, wird sich genau so ereignen. Er weiß Zachariah 14, wo es genau darüber diese Verheißung gibt, dass das passieren wird. Wer auch immer zu diesem Berg sprechen wird, heb dich weg und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen. sondern glaubt. Dein Herz hat hier zu tun mit deiner Seele, nicht deinem geistigen Herzen, denn der Glaube Gottes ist ja in deinem neuen Geist und da ist keinerlei Zweifel vorhanden. Sondern du möchtest ja, dass das, was von Gott in deinem Geist schon ist, dass das die Oberhand gewinnt und deine Seele vollkommen übernimmt. Erinnert euch an Sonntag, wo es hieß, größer, größer, größer ist der in euch. Gottes Glauben ist in euch. Ihr seid Glaubende, du bist ein Glaubender, du glaubst, du glaubst, du glaubst, du bist ein Glaubender. Es schaut vielleicht riesig aus, aber ein Berg ist winzig gegenüber Gott. Man kann es ja auch feststellen und sehen, dass er all diese Berge vor vielen Jahren bewegt hat. Man kann das sehen. wenn der Boden sich bewegte, haben sich all diese Berge und Gebirge übernatürlich geformt. Also was ist schon ein Berg? Und Jesus weiß das. Und er weiß, ganz besonders von diesem einen, dieser eine wird sich in der Zukunft wegbewegen. Und dann gebraucht er genau das als Beispiel für den Glauben, der in uns ist. Und er sagt, wer auch immer zu diesem Berg sprechen wird, dass er sich weghebt in den See, also ins Meer und nicht daran zweifelt. nicht zweifelt. Und wie bekommst du jetzt den Zweifel raus aus dir? Sag mal alle zusammen, Zweifel raus mit dir. Du wirst dieses stinkende Denken los. Und deswegen hat auch all dieses Rum, ja mal in dem Alten Testament unter den Israeliten sie sozusagen übel zugerichtet, weil sie in ihren Gedanken es erlaubt haben, dass dieser Segen Gottes aus ihrer Vorstellung geraubt wurde. Versteht ihr das? Sie haben ihre Zunge dafür gebraucht, das Falsche, das Schlechte und Schlimme zu sprechen. Wow, so schnell. Ich lese es vor. deswegen heißt es, darum sage ich euch alles, nein, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Der Zweifel muss raus. Zweifel raus. Wie geht er raus? Erneuer deine Gedankenwelt durch das Wort. Fang an, das Wort Gottes zu sehen. Wie es in deiner Situation wirksam wird. Halleluja, Halleluja, Abraham musste auch den Zweifel aus seiner Seele rauskriegen und er hat 25 Jahre lang gebraucht dafür. Es bräuchte aber eigentlich nicht so lange. Aber hier ist der Schlüssel. Denkt drüber nach. Das ist Meditation, was ein biblisches Beispiel ist. Ein biblisches Prinzip. Wenn negative Gedanken kommen, die gegen Gottes Wort stehen, dann sagst du Nein, raus mit dir! Schließ mal für ein paar Sekunden deine Augen. Hund, Katze, Elefant, Parakeet, Papagei. Achso, Papagei. macht eure Augen mal wieder auf. Als ich Hund sagte, hast du da eine Katze gesehen? Du hast auch einen Hund gesehen, oder nicht? Als ich von Hund auf Katze wechselte, hast du eine Katze gesehen? Du hast auch eine Katze gesehen, du hast das geändert. Genauso ist es, wenn negative Gedanken kommen, du veränderst dich dann. Und wenn du das Wort hast, dann triffst du diese Entscheidung, Nein, das denke ich nicht, sondern das. Halleluja. Halleluja. Als Paul sagte, ich vermag alles durch Christus, dann konnte er das sehen. Deswegen hat er es auch geschrieben, er konnte es tatsächlich sehen. Halleluja. Vater, wir danken dir so sehr. so viel, was du uns heute gezeigt hast. Wir können sehen. Wir können uns selbst geheilt sehen. Und wie wir unseren Lauf vollenden, wir können uns selbst sehen, wie wir andere lieben, die liebenswerten und die nicht liebenswerten. Wir können uns selbst geduldig sehen. wir können uns selbst fröhlich und freudig sehen. Wir können uns selbst geheilt sehen. Alles, was du gesagt hast, sehen. Wir sehen uns selbst als Lobpreiser. Selbst zur Mitternachtsstunde. Wir sehen das. Wir sehen uns selbst, wie wir unsere Hände an Dinge legen und Gelingen hervor bringen. Wir sehen wie Leute durch uns zur Errettung kommen und die Heilung empfangen. Wir sehen Ehepartner. Manche Leute sehen ihren Ehepartner. Es ist okay, wenn du heiraten willst. Gott möchte das ja auch, dass du das siehst. Er möchte, dass du eine gute Ehe hast. Amen. fang an, den Segen Gottes in jedem Einzelnen deiner Lebensbereiche und deinem Inneren zuerst zu sehen. Nigel kuschelt schon so rum und ich weiß, er fängt an, all das im Inneren schon zu sehen. Halleluja! Amen! Joe sieht auch nicht den Hund kommen, sondern er sieht in diesem Hund das Geld kommen. Amen! Danke, Herr! Danke! Danke, Herr! Wir sehen deinen Segen, Vater, wir sehen den Segen Gottes in unserem Leben. Und wir sehen unsere Gemeinde voll mit einem ganzen Haufen gesegneter Leute, die wirklich Freude haben mit allen uns zusammen. Wir hatten sehr viel Freude und Spaß. Amen! Die letzten Wochen sehr viel Freude. Wir haben hart gearbeitet, aber wir wurden auch von Gott wirklich erfrischt und voll geladen. Ich kann immer noch Halleluja Helen sehen, wie sie vor ein paar Wochen gelacht hat. Und am Sonntag, als wir Miriam gefragt haben. Amen! Ich kann sehen, wie Miriam lacht. Ich kann das alles sehen. Ich kann das sehen. Amen! Nun, seid ihr bereit für die Zeit des Gebens heute Abend? Ja, sieh dich auch selbst als Geber! Hunderte und Tausende! Sieh das alles! Amen! Amen! Amen!